Wie funktioniert das Einlösen des Amazon-Codes? Wie viele Plattformen und andere Online-Shops gibt es auch im Amazon-Shop Rabattcodes oder Guthaben-Codes, mit denen der Nutzer sein Amazon-Konto aufladen kann. Der Amazon-Service ist ähnlich wie der Xbox- oder Playstation-Service. Sie können Ihr Konto-Guthaben erhöhen oder einen Rabatt erhalten, indem Sie seine Codes kaufen. Gehen Sie dazu auf die Amazon-Website und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Dann kommen Sie zu diesem Abschnitt und klicken Sie auf diese Option. Geben Sie nun diesen Abschnitt ein. Wie Sie sehen können, wird hier Ihr Konto-Guthaben angezeigt. Klicken Sie hier, um den Code dieser Option einzugeben. Geben Sie dann Ihren Code in diesem Abschnitt ein und klicken Sie auf die gelbe Option. Sie können ganz einfach einen Code auf Amazon einlösen oder eingeben und Ihr Guthaben erhöhen. Bitte liken und Kanal abonnieren.